Was ist das für den Kurzfilm La Sequenza del Fiore di Carta? Sie haben das auch begründet mit dieser Feigenbaum-Geschichte, wo sozusagen eine Gleichsetzung stattfindet zwischen dem Helden, also Nino Davoli als Riccetto und diesem unfruchtbaren Feigenbaum, also eine sehr originelle Auslegung von Pasolini, die Sie sehr überzeugend deutlich gemacht haben anhand auch der Quellen. Also ich finde es auch sehr erhellend gewesen, jetzt diesen monumentalen Film über das Evangelium jetzt nach diesem Kurzfilm zu sehen. Das war schon sehr aufschlussreich, denke ich, weil es nochmal deutlich gemacht hat, diese Kritik des Alltagsbewusstseins, die Sie ja deutlich gemacht haben über die Plansequenz, dass sozusagen die Plansequenz als lange Einstellung sozusagen dieses in der Gegenwart Befangensein von Riccetto deutlich macht. Und die Montage sozusagen oder die Überblendung mit diesen historischen Dokumenten, politischer Ereignisse und des Kriegs und der Opfertegeware und so weiter, dass das sozusagen die kritische Qualität der Montage ist. Also ich finde, jetzt, wenn wir nochmal den Evangelium Zeccono Matteo gesehen haben, ist deutlich, dass er aus der Christusfigur genau diesen Aspekt herausarbeitet. Also diese Christusfigur ist ja jetzt gesehen von Pasolini als Atheist, der, so würde ich jetzt mal einfach vorschlagen, das zu lesen, der nun eben auch gegen dieses Alltagsbewusstsein oder gegen dieses Befangensein in den alltäglichen Sorgen wettert und eben für die Idee, die predigt. Und ja auch zum Beispiel die Familie, also Mutter und Brüder sind eben die, die an seinen Vater glauben. Also er hat diesen Kontakt zum Himmel, zu diesem Gott, den eben Riccetto nicht hat und verweigert. Und meine Frage, wenn ich damit vielleicht eröffnen darf, ist, kommt dieser Kurzfilm, ich meine jetzt gar nicht nur als Kurzfilm, sondern in seiner politischen Aussage, ist diese politische Aussage tatsächlich überzeugend? Also in dieser bloßen Anklage sozusagen des Nichtbewusstseins und es ist ja auch nochmal so eine Kritik an der Konsumgesellschaft. Diese Papierblume ist ja offensichtlich aus dem Kaufhaus und ich denke, das wird auch so kontrastiert zu diesem volkstümlichen Spiel mit den Münzen am Anfang, dass da also auch so vielleicht so eine historische Bewegung, um die es ja bei Pasolini immer geht, zur Konsumgesellschaft und zu dieser Verführungskraft der Konsumgesellschaft geht. Und auch das wird ja sozusagen in der Christusfigur auch thematisiert in dem Predigen gegen den Reichtum, also dieses Aufgeben der Güter und so, das spielt ja alles eine Rolle. Also das ist, glaube ich, jetzt vor dieser Folie, die Sie auch so deutlich klar gemacht haben, nochmal sehr klar geworden, wie er dieses Evangelium auslegt. Aber ich finde, also dieser Film ist so von einer Eisenstein'schen Klarheit, also auch in dieser, ja, ist ja quasi ein sozialistischer Realismus, den er da auch zitiert. Also gerade auch dieser Choral am Schluss, könnte auch aus Ivan Grosnir vielleicht sein. Also ist dem gegenüber, also weil er ja diesen Riccietto eigentlich völlig aushöhlt als Figur, also da ist ja eigentlich gar nichts, kein utopisches Potenzial, nichts. Oder wie würden Sie, also ist es wirklich, ist es wirklich als politische Aussage überzeugend, also dieser Gang durch die Via Nationale, ist es nicht sehr plakativ, also auch dann am Schluss diese Opfer in Vietnam mit ihm, so mit diesem allegorischen Tod von Nino Davili zu identifizieren? Das ist mal ein bisschen provokativ gefragt. Also ich würde zunächst sagen, dass in den Jahren, also zwischen Il Vangelo secondo Matteo und dann La Sequenza del Fioro di Carta, was passiert in Pasolinis Nachdenken auch über so etwas wie Messianismus verbunden mit einer politischen Botschaft. Also Il Vangelo secondo Matteo ist in einer gewissen Weise aus meiner Sicht noch sehr nah an eben Acatone, auch La Mamma Roma. In den Filmen ist ja sowohl Acatone als auch Ettore, das sind eben sehr, sehr aufgeladene Figuren, die haben etwas von Christus gestalten, da wird ein bestimmter Messianismus hineinprojiziert. Und davon distanziert sich ja dann Pasolini zunehmend in seinem späteren Werk. Und La Sequenza del Fioro di Carta ist ein früher Film dieser Distanzierung, aber gleichzeitig natürlich, also der Episoden für Mies, Vangelos et Tanta, ist es noch eine Bezugnahme. Was aber, also was ich in einer gewissen Weise korrigieren würde, ist, dass diese Position Gottes, die Riccietto sterben lässt, dass das identisch ist mit Pasolinis Position. Also ich würde das so sehen, dass er zum einen zeigt, es gibt eben um 1968 so etwas wie einen unschuldig gelebten Alltag und auf der anderen Seite gibt es nach wie vor so etwas wie Machtdemonstrationen und eine Vorgabe gibt mir ein Zeichen des Glaubens. Und die Position Pasolinis scheint meines Erachtens eher die Fragestellung, also die Frage zu sein, wie ist Alltäglichkeit und Geschichte noch kompatibel. Also das ist nicht unbedingt die Position der Gottesstimme, die auch Polyphon ist an der Stelle. Ja, ich weiß nicht, ob ich die Frage damit gut beantwortet habe, aber ich würde in einer gewissen Weise auch eine Distanz unterstreichen zwischen den Filmen, die dann ab 1966, 67 entstehen und dann zunehmend, also sich distanzieren von dieser frühen, in einer gewissen Weise auch Romantisierung, was noch aus dem Neorealismus kommt und eben was noch stärker, also Pasolini hat sich meines Erachtens davon schon verabschiedet, also von dieser Vorstellung, dass zum Beispiel das Subproletariat zu romantisieren sei im Sinne dieses Messianismus. Jetzt haben wir einen ersten Beitrag, Henning. Ja, also ich, vielen Dank, ich fand das, also die Zusammenstellung, also dass Sie über den kurzen Film gesprochen haben, also ich sehe da auch Verbindung, würde aber jetzt doch fragen wollen, ob die Filme nicht einfach völlig unterschiedlichen Ebenen funktionieren. Und bei dem zweiten Film, was du gesagt hast, Regine, dass es plakativ ist, ich habe das Gefühl, das ist ein ganz simpler, zeithistorischer Kommentar auf, also ein Anti-Hippie-Film eigentlich, also ein Anti, völlig deutlich, Anti-Flower-Power. Das ist einfach, also das ist einfach, also das ist einfach eine, zwei verschiedene politische, gegen kulturelle Bewegung, einmal eben hedonistische, Hippies gegen politisch bewusste und da bezieht er einfach Positionen. Das wäre ein Deutungsvorschlag, ich weiß nicht, was du jetzt... Also ich würde dazu kurz sagen, also auch das, das klang bei Ihrer Frage schon an, also Pasolini hat ja keinen per se negativen Begriff des Alltags und, also überhaupt nicht natürlich, also es hat natürlich vorher eine Theoretisierung des Dialekts, er hat später eine große Sympathie, sozusagen für das einfache alltägliche Leben und in einer gewissen Weise dadurch auch noch für sozusagen einfache, sagen wir mal, einfache naive Hippie-Kultur. Allerdings stellt er natürlich diese Frage, also ich sehe es eben eher als sozusagen eine gestellte Frage. Es ist, also ich würde es nicht gleichsetzen mit einer Kritik, aber... Naja, es ist eine Mohnblume. Aber es ist eben 1968 und es ist doch völlig, ich weiß nicht, in welchem Monat ist denn der gedreht? Ja, es ist Sommer 1968. Sommer 1968 und da, also in den überblendeten Bildern ist doch ganz klar, dass eben dieser ganze Hintergrund inklusive dem, was in den USA passiert, völlig bewusst ist und da scheint mir das schon irgendwie, also zumindest kann man doch sagen, dass es sich direkt darauf bezieht einfach. Also das ist wirklich auf Hippie-Kultur und also ganz in plakativen Sympathien. Ja, eher kritisch. Also ich meine, er ist ja sogar gegen die Studentenbewegung sehr skeptisch bis ablehnend und nimmt sozusagen diese höheren Töchter und Söhne nicht ernst, die da auf die Barrikaden gehen. Also weil, ja, sein Ideal ja schon, also auch 1968 immer noch eher an diesem, ja, an Armut, an niederen Ständen festmacht. Also wenn man 68, also vielleicht ist es dann in den 70ern schon ein bisschen anders, aber ich glaube, er hält doch an dieser Aversion oder an dieser Skepsis gegenüber überhaupt dem wohlhabenden Bürgertum oder eben an seiner eigenen Klasse fest. Ja, also es gibt eine ganz klare Kritik und eine sehr harsche Kritik gegenüber sozusagen so einem Hippietum, was aus bürgerlichen Schichten kommt. Das ist also, wo der in Theorie Maud und Pocile sozusagen auch ganz klar dann thematisiert filmisch und das gibt es und das ist sozusagen auch eine Kritik, die er teilt mit vielen anderen in der Zeit, also vielen anderen sozusagen Intellektuellen, die da eine bestimmte Naivität drin gesehen haben, Franco Fortini zum Beispiel. Also das ist, glaube ich, was, wo er sich natürlich dann schon unbeliebt gemacht hat in einer bestimmten Szene. Es gibt auch dieses berühmte Fernsehinterview, wo er mit den Studenten diskutiert. Ja, und Franco Fortini dann schreibt, dass die Studenten da eine schlechte Figur machen sozusagen. Aber ich glaube nicht, dass es sich sozusagen primär gegen Hippies oder gegen Studenten richtet. Das Onirische, was Sie betont haben, also der Tagtraum und also diese Bewusstlosigkeit, die eben auch in dieser Stelle dann so quasi an dieser Zäsur, wo dann der Ton weg bleibt und dann eigentlich dieser Tanz mit der Papierblume kommt. Also da taucht er ja so ins Imaginäre ab, während ich vorher schon in dieser Szene auf der Piazza Repubblica, da nimmt er ja Kontakt auf und spricht mit den Bauarbeitern. Das ist, glaube ich, eine andere, das ist nochmal eine andere Art von Kommunikation oder sozialem Umgang, den er später, scheint er dann wirklich in so ein Traumreich zu sinken und sich mit dieser Papierblume dann zu verabschieden von auch der alltäglichen Realität. Also ich sehe da schon so eine Dynamik, oder? Kann man das so sagen? Ja, ich glaube, es ist eben auch eine Form von, oder eine Möglichkeit für uns, darüber anders zu reflektieren. Also dass eben die Bilder dann sozusagen auch dieses unirische Potenzial der Bilder ausspielt und der Verbindung von historischen Bildern und eben der Gegenwart und der Wirklichkeit, die durch die Plansequenz durchgezogen wird und dadurch so ein Spiel entsteht, wodurch jetzt zum Beispiel die Fotografie von Che Guevara, die Originalfotografie wirkt sehr dokumentarisch und sehr klar in einer gewissen Weise und wird dann in dem Film einfach irgendwie phantasmatischer. Also es ist schwer zu beschreiben, aber ich glaube, darum geht es ihm meines Erachtens an vielen Stellen dann in der Montage. Da oben ist eine Wortmeldung. Ich habe eine Frage zur Bildsprache von Vangelo. Und zwar habe ich so als kleine Vorbereitung einige Filmrezensionen aus Italien gelesen und in einer wurde beschrieben, dass viele Sequenzen von einer Bildkomposition her inspiriert sind durch Gemälde des 15. Jahrhunderts. Sind Sie einverstanden? Also würden Sie das auch so unterzeichnen? Ja. Und wenn ja, woran kann man das festmachen? Also ganz sozusagen teils ikonografisch oder ikonologisch oder auch natürlich, Pasolini hat bei Roberto Longhi studiert, einem der wichtigsten Kunsthistoriker der Zeit. Es gibt direkte Referenzen auf Bilder von Bellini, Rosso Fiorentino, eine ganze Menge von wichtigen Caravaggio, Piero della Francesca in dem Film. Und das hat er verwendet, teilweise frei verwendet, teilweise sehr direkt, also wirklich sozusagen sich direkt an den Vorbildern orientiert. Aber er hat eben erst auch Kunstgeschichte studiert oder teils Kunstgeschichte studiert, Literatur und Kunstgeschichte und vor allem bei Roberto Longhi. Und das ist immer ein interessantes Thema. Ja, also diese riesigen Hüte zum Beispiel von dieser Obrigkeit von den Pharisäern, die sind natürlich aus dem, wie Sie schon sagten, Piero della Francesca's Kreuzlegendenzyklus in Arezzo. Vor den Mauern der Stadt ist ja dann diese Reihe der Ältesten und die haben tatsächlich genau solche merkwürdigen Kopfpyramiden. Auch der eine Soldat, der ihn dann noch versucht, mit dem Schwamm zu waschen, ist auch sehr, sehr direkt an Bellini angelehnt. Bitte. Ich habe zwei Fragen. Die eine bezieht sich auf das Matthäus-Evangelium selbst, die Szene, dass Jerusalem einstürzt. Das kommt aus dem Matthäus-Evangelium oder nicht? Das ist mir nicht mehr bewusst. Also das habe ich vor 100 Jahren mal gelesen. Da hatte ich kurz, das wollte ich nur wissen. Und das zweite ist, das klang bei dir an, Regine, sozusagen sozialistischer Realismus oder auch Neorealismus. Ich fand an dem Film besonders die Stellen gut oder aufschlussreich, wo wir einen wütenden Jesus Christus haben, wo man auch die Gewaltsamkeit dieser Religion hören kann, folgt mir, zweifelt nicht, natürlich völlig gegen Philosophie, völlig gegen Aufklärung. Da fand ich den Film eigentlich am besten. Und sozusagen, man zeigt einfach nur die Geschichte und sieht, was für eine grausame Religion das eigentlich auch letztendlich dann werden muss als Monotheismus. Ja, das ist, also bei dem letzten Punkt kann ich Ihnen sozusagen nur zustimmen. Das ist ja auch eine Art und Weise, wie jetzt mit Ende der 60er Jahre verschiedentlich Christusfiguren geschildert wurden. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein querer Vergleich, aber die Vorstellung von Klaus Kinski von Christus ist ähnlich, sozusagen. Also so brutaler, realistischer, humaner, humane Christusfigur. Und die erste Frage nach dem Beben. Ja, das ist also, nach meiner Erinnerung wird das so geschildert, also in dem Moment, wo er am Kreuz hängt, dass es zu dem Beben kommt. Und genau kann ich Ihnen das jetzt auch nicht zitieren, aber das ist schon Teil des Evangeliums, dass es die Erde bebt. Bitteschön. Danke. Ja, ich wollte einen Vorschlag machen, wo man in dem Film, den wir jetzt gesehen haben, vielleicht auch dieses Motiv des Schuldigwerdens, beziehungsweise Nichtschuldigwerdens wiederfinden kann, worum es in Ihrem Vortrag ging. Das ist mir irgendwie jetzt bei diesem Sehen besonders deutlich aufgefallen. Es gibt ja dieses Gerichtsverfahren dann gegen Jesus Christus, was ja in mehreren Schritten sozusagen abläuft. Und auffällig fand ich da, dass man das jeweils, also in zwei Sequenzen aus einer sehr großen Distanz erlebt. Also man ist eigentlich immer sehr nah dran an den Figuren und erlebt dann die erste Runde des Verfahrens sozusagen durch die Augen des Judas, der in der Menge steht, relativ weit weg von den ganzen Würdenträgern. Und im Grunde sieht man auch gar nicht so viel, weil er immer an den ganzen Köpfen vorbeigucken muss. Und man hat das Gefühl, er ist eigentlich ganz draußen. Und später gibt es die Szene fast genauso nochmal. Da ist es dann die Perspektive von dem Johannes, die man plötzlich einnimmt, aber es ist eigentlich ganz genauso komponiert. Jetzt ist ja der eine der beiden Jünger der, der ihn verrät, also der, der sich gewissermaßen schuldig macht an dieser Lehrerfigur, der er da gefolgt ist, wohingegen der andere der ist, der ja vielleicht sozusagen die Gegenrolle einnehmen kann, also der, der noch treu am Kreuz steht am Ende. Also ist das vielleicht, oder mich würde interessieren, was Sie dazu sagen, ob das eine Möglichkeit ist, da irgendwie dieses Motiv wieder zu finden. Das ist eine sehr schwierige Frage, also ob es sozusagen so etwas wie eine unschuldige Schuld auch bei der Judas-Figur gibt im Vergleich mit Riccietto. Das klingt eine sehr spannende Frage, aber müsste ich darüber nachdenken, kann ich nicht so spontan beantworten, weil ja die, also was man vielleicht nochmal sagen müsste, auch generell, um die beiden Filme vielleicht auch zu unterscheiden, ist, dass die La Sequenza del Fiora, die Karte ja eine neue Allegorie ist und eine Allegorie, die sozusagen natürlich diesen religiösen Prätext hat, Verflorung des Feigenbaums, aber dann doch sehr, sehr viel, also eben die Figur des Riccietto, er bezieht sich zwar auf den Feigenbaum, aber er ist nicht mehr selber der Feigenbaum, dass da sehr viel passiert und in Evangelio secondo Matteo, ja nicht jetzt, sozusagen die Allegorie wird nicht erzeugt, figuriert, sondern sie wird ausgelegt. Also es ist eigentlich auch ein anderes Verhältnis zum Text, würde ich sagen. Deswegen, ich denke schon, dass man das vergleichen kann, aber ich wüsste jetzt nicht spontan wie. Aber danke, gute Frage. Ja, wir gehen jetzt zur nächsten. Ja, ich finde es gut, dass Sie diese beiden Filme vorgestellt haben. Mir ist irgendwie aufgefallen, dass der Versuch, den Marxismus zu christianisieren oder das Christentum zu marxisieren, eine unheimliche Gewalttat ist. Also das drückt, glaube ich, der zweite Film besonders aus. Gerade diese revolutionären Aufrufe sozusagen, die werden ja ganz deutlich, die werden eigentlich nur als Sprache vorgebracht, mit einem bestimmten Tenor auch und einer Intensität. Aber dann gibt es ja ganz interessant eben auch die gegenteiligen Sachen. Also Christus sagt oder Jesus sagt, ich bin gekommen, das zu bringen, das Schwert und so weiter. Also dieses Aufrührerische, das Revolutionäre. Und dann sagt er gleichzeitig, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Paradies kommen. Das heißt, für mich, ich würde einfach sagen, hier ist ein, ja, heute würde man sagen, es fehlt eine Dekonstruktion der Lektue, also des Matthäus-Evangeliums. Also um diese Probleme rauszukitzeln, bräuchte man, glaube ich, mehr. Also da kann man, ich glaube, er ist gescheitert im Grunde bei diesem Matthäus-Film, also von der Intention her, weil er die beiden Dinge nicht zusammenkriegt. Ich weiß selbst nicht, wie man es zusammenbringen könnte, aber da ist mir, also da ist einfach eine Lücke da. Und mit dem Kinderspruch könnte man eigentlich den ersten Film retten, indem man sagt, ja, genau, der macht es. Und klar, er kommt sozusagen ins Paradies. Er schnauft ja auch noch zum Schluss, wenn ich das richtig gesehen habe. Er ist also kein Filmstil, sondern er bleibt einfach da und atmet weiter. Also mir ist es nicht ganz klar, also ihre These sozusagen, mit der Parallelität mit dem Feigenbaum. Bei dem Feigenbaum habe ich auch ein Problem, also das ist auch eine Form der Dekonstruktion. Ich habe gerade ein bisschen, ich glaube, Leibniz gelesen, ist Deos Sive Natura. Also da ist diese Position, wo Gott sozusagen identifiziert wird mit der Natur. Und entweder ist der Leibniz kein guter Bibelleser, oder ich weiß es nicht. Vielleicht ist, ja, gut, ich lasse es einmal. Man muss darüber weiterdenken wahrscheinlich. Ja, also dazu würde ich sagen, was jetzt auch in den letzten Jahren die Forschung zu Pasolini stark betont hat und was man auch bei ihm sozusagen textlich nachweisen könnte, ist, dass er eigentlich, was sozusagen Hermeneutik betrifft, sehr interessiert war an Widersprüchen, an Paradoxien. Und dass eben gerade so etwas, dass jetzt in der Gleichnis vom Feigenbaum Christus deine Pflanze verflucht, sozusagen das hat ja auch die Theologie beschäftigt und die ist zu keiner klaren Interpretation gekommen. Es gibt unendlich viele Interpretationen, die sich teilweise ausschließen. Und Pasolini hat so etwas am meisten interessiert. Also in einer gewissen Weise hat er am Ende seines Werkes in dem Spätwerk das immer mehr zu so einer Selbstwidersprüchlichkeit hin geschoben. Daran war er sehr stark interessiert, wirklich als sozusagen Denkmodell. Also es geht eben nicht sozusagen um eindeutige Wahrheiten und Definitionen. Und das ist, glaube ich, was man sozusagen dann anerkennen oder herausarbeiten kann, auch auf eine andere Weise. Deswegen habe ich eben versucht, sehr viel Wert darauf zu legen, dass es zunächst auch, dass es Fragen sind, die er formuliert. Paradoxien, Fragen, aber sehr relativ wenig. Ich finde, bei Pasolini findet man sehr wenig Antworten in der Hinsicht. Aber das liegt auch in der Natur der Sache dieser Themen und dieser Subtexte. Also wie das John Kopczyk kritisiert, es ist auch oft überdeterminiert, aber bewusst. Oder es sorgt für Konstellationen, die sozusagen erst mal auf den ersten Blick nicht zusammenpassen. Aber das ist, also gerade weil Sie Dekonstruktion erwähnt haben, ist es ja sozusagen eher positiv zu werden und positiv zu wenden. Henning? Ach so. Ich hätte, ich hätte erst mal vielleicht einen Kommentar zu zwei der Kommentare aus dem Publikum, dass ich nämlich, das hat aber mit dem weiteren Zusammenhang zu tun. Also ich fange vielleicht mal so an, ich finde es wirklich spannend, die beiden Filme zusammen zu sehen. Das ist sehr interessant. Ich glaube aber gar nicht, dass man wirklich die so sehen kann, also als eine Kontinuitätslinie, sondern was du auch gesagt hast, diese Paradoxien sind eigentlich spannend und auch eben eigentlich die ganz unterschiedlichen Ebenen, auf denen die funktionieren. Und da würde ich doch nochmal vielleicht zu bedenken geben, dass das eine wirklich ein, vielleicht wirklich ein politischer Kommentar ist und das andere ist was ganz anderes. Und da komme ich jetzt zu dem Kommentar, zu den beiden Kommentaren, zu dem Film, die irgendwie was an Dekonstruktion, an Religionskritik oder so da drin sehen wollten in dem Evangelium des Matthäus. Und das glaube ich, also mein Eindruck, wenn ich diesen Film mir ansehe, und das ist ja alles wortwörtlich und mit einer katholischen Erziehung weiß man immer sofort, was jetzt kommt. Man hat ja den kompletten Kontext. Also der braucht ja auch, das ist ja, und jeder von uns weiß das eigentlich. Das heißt, es ist ja auch irgendwie eine Möglichkeit, einen Film sehr reduziert irgendwie zu erzählen, weil er den ganzen Kontext nicht geben muss. Und ich glaube aber trotzdem, dass das vollkommen ernst gemeint ist. Der Film ist Johannes dem 23. gewidmet. Das ist absolut keine Dekonstruktion, sondern das ist hundertprozentig ernst gemeint. Und das Spannende ist eben dann, diesen anderen Film zu sehen, wo die Stimme Gottes ja tatsächlich ironisierend irgendwie auch eingesetzt ist und das gegeneinander auszuspielen. Also vielleicht könntest du dazu noch was sagen. Das sind alles sehr komplexe Fragen. Also gerade die letzte, die du jetzt gestellt hast. Die Stimme ist natürlich bei La Sequenza del Fioro di Carta deswegen ironisierend, weil es erst mal auch nur eine Stimme der Macht ist. Also man kann das auch mit anderen Dingen identifizieren. Und ihm geht es ja sozusagen um eine bestimmte Humanität in El Vangelo Secondo Matteo. Aber da würde ich natürlich absolut zustimmen. Das ist eine Form der Auslegung. Und er sagt ja in, oder er lässt Orson Welles in La Ricotta sagen, es geht um ein il mio profondo christianesimo, ein tiefsinnigstes oder tiefstes Christentum, um was es ihm geht. Und das ist, glaube ich, schon in der Hinsicht ernst zu nehmen. Aber, also was vielleicht noch wichtig ist, es fällt mir jetzt gerade ein, in der Hinsicht ist, dass Pasolini zum Beispiel in einem wichtigen Brief schreibt, dass es ihm immer um die Gleichzeitigkeit von Pathos und Parodie ging. Das ist was, was sich sozusagen durch sein ganzes Werk zieht. Und das ist sehr wichtig und das ist natürlich bei der Matteus Passion schwierig zu realisieren, weil da nicht viel Platz ist für Parodie. Aber gleichzeitig würde ich auch sagen, bei den, zum Beispiel Uccellaci, Uccellini gibt es auch Pathos. Das ist auch nicht, das merkt man immer spätestens daran, wenn man sich anhört, wie Pasolini über die Filme spricht, wenn es zum Beispiel Komödien sind. Er macht da nämlich keine Witze drüber, sondern spricht extrem ernst drüber. Und gleichzeitig ist natürlich jetzt auch, gibt es in Selbstlosigkeit, wenn man das jetzt mal daraufhin ansehen würde, gibt es auch in der Matteus Passion Humor, oder man würde es vielleicht nicht Humor nennen, aber lachende Kinder, bestimmte Szenen, die auch so was, so ein bisschen Parodie noch als Pendant zum Pathos haben. Und das würde ich dann bei La Sequenza de la Fiora di Carta ist sehr wichtig, glaube ich. Es ist nicht nur ironisch und es ist nicht nur eine Parodie von etwas, sondern es gibt immer noch das, also es gibt da auch eben den Bachschen Choral, und die Stimmen, und er sagt das Morire, Morire auch von der Intonation genauso wie in La Rapia, und La Rapia ist puros Pathos in einer gewissen Weise. Da gibt es wenig Ironie. Ja, wir haben noch einen Beitrag. Genau, also ich würde zuerst gerne noch eine Zwischenfrage stellen, die sich an Henning Engelke anschließt quasi, die auch relativ einfach ist. Warum hat er dann eigentlich so einen Film gemacht? Also das kann man ja vielleicht auch ein bisschen daher sehen, dass er ein bisschen auch sich selber Freiraum für seine nächsten Filme schaffen wollte, weil er ja doch bisher immer mit jedem Film quasi vor Gericht gelandet ist. Das war, glaube ich, der erste, bei dem es nicht dann so war. Oder wie würden Sie das erklären, dass er jetzt wirklich diesen bewussten Ansatz nimmt und das auch noch ernst meint, wie ein Henning Engelke ja sagt? Bei Evangelos Also ich denke, das ist auch eine Frage, die ich nicht definitiv beantworten kann, aber ich denke mal, dass es sozusagen immer schon bei Pasolini vielleicht die Idee gab, ein Evangelium zu verfilmen, genauso wie er immer schon die Idee hatte, die Divina Comedia von Dante umzuschreiben und das hat er dann nicht geschafft, weil er daran sozusagen gescheitert ist. Das Wort war zu ambitioniert und hat irgendwie nicht gepasst. Da gibt es nur zwei Kanti. Und ich denke, das ist ähnlich sozusagen. Es gibt eine Reihe von sehr ambitionierten oder teils überambitionierten Projekten und dann am Ende kommt der Medea und die Boreo und das sind ja alles extrem ambitionierte Projekte und die Fragmente, die erhalten sind, das sind so wahrscheinlich die überambitionierten gewesen. Und so würde ich das sehen. Aber natürlich hängt Evangelos II. Matteo zusammen mit Agatone und Mama Roma. Also das würde ich sehr nahe sehen und ist von daher eine konsequente Weiterentwicklung und dann ist es eben auch umso konsequenter, wie er sich dann davon wieder distanziert, weil sozusagen die Hoffnung, die er in das Subproletariat hinein projiziert hat und sozusagen auch in so eine profanierende Lektüre des Evangeliums zu nichts geführt hat. Also da ist Pasolini, glaube ich, ziemlich pessimistisch aus der Perspektive von 67, 68 bis dann zu seinem Tod. Ja, vielen Dank erstmal nochmal. Also ich fand das unglaublich fruchtbar, was Sie uns auch so an Impulsen mitgegeben haben und auch die Zusammenstellung auch, Kurzfilm und Langfilm. Sie haben es eben schon angedeutet, da würde ich gerne nochmal einhaken mit der Musik auch, auch was Sie gerade nochmal angeführt haben, Pathos und Parodie. Also mir ging es so, wenn ich den Eindruck habe, auf der Tonspur bäumte sich so ein Überwältigungs- Pathos-Moment auf, kippte das Ganze gleich wieder um und wurde musikalisch konterkariert und das ging uns jetzt in der Reihe oder mir zumindest, wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, ganz oft so, also auch die Vielgestalt in der musikalischen Untermalung bei Pasolini. Können Sie dazu noch ein bisschen was sagen? Ja, ich kann dem zustimmen sozusagen. Also es gibt ja hier auch diese kreolische Messe und dann gibt es teilweise auch den Blues und dann gibt es die Matthäus-Passion und bei La Sequenza del Fiora di Carta gibt es dann noch den Song von Morricone. Aber dem kann ich eigentlich wirklich nur so zustimmen. Ich glaube, er wollte, glaube ich, definitiv so etwas vermeiden wie ein Pathos, was die Musik stärkt, was dann im schlimmsten Fall sozusagen sublime wird oder uns eine Gänsehaut verschafft. Ich glaube, an dem Punkt sozusagen wird es wieder realistisch. Aber ich denke, in der Matthäus-Passion geht es nicht um Brechung oder eigentlich sind da ja diese verschiedenen Musiksorten eigentlich im Sinne von der Erweiterung und der Universalisierung des Evangeliums eingesetzt, gerade eben nicht so wie bei Salon und ja auch gerade nicht wie bei La Sequenza del Carta, da wo sozusagen die Matthäus-Passion dann umkippt in diesen Pop-Song und dann in dieser Tanz mit der Papierblume kommt. Da ist es ja wirklich kontrastierend eingesetzt, während ich in dem Vangelo-Film gerade nicht, was ja auch zu der archaischen Landschaft passt. Das ist ja in Kalabrien gedreht und diese dokumentarische Ästhetik, vielleicht könnten Sie zu der auch noch was sagen, weil das ist ja auch etwas Gemeinsames, was die Filme haben. Also dass da eben man meint, man ist sozusagen unter die Leute da gemischt und man guckt jetzt denen beim Alltag zu. Das ist ja bei diesem ganzen Figurenpersonal, was er da gefunden hat und offenbar hat er ja in Palästina selber eben nicht die richtigen Orte und Leute gefunden und ist dann nach Süditalien zurück und hat da eben seine Komparsen gefunden, die ja alle so wie menschliches Urgestein wirken, also wie die Landschaft selber. Und das ist ja, denke ich, eben auch in der Musik drin, dass da die ganze Welt sozusagen zur Sprache kommt. Also das Pathos ist da, denke ich, völlig ungebrochen. Ich würde auch nochmal unterstützen, es ist kein Dekonstrukt. Also da ist, ich sehe auch keine Parodie. Also nicht, also ich glaube, wir haben heute eher Schwierigkeiten mit diesem Pathos. Also das ist provozierend. Das finde ich jetzt sehr interessant, weil man sozusagen merkt, dass man das so dann, ja, ich habe fast den Eindruck, so ein bisschen abwertet. Ich denke, es ist schon ernst zu nehmen in dieser Qualität, in dieser Emphase. Und das Unschuldig-Schuldige, das wollte ich vorhin noch bei einem Dialog sagen, ist ja auch die Figur des Helden. Also der Film wird ja auch mit dem Edi Porel, also der klassische Held ist eben der schuldlos-schuldige, schuldlos-unschuldige, unschuldige, schuldige. Also Edi Porel ist ja dann die Figur, die ja auch dann irgendwie folgt. Und also vielleicht dieses dokumentarische Element, was ja auch Ihr Fokus ist in der Forschung, könnten Sie vielleicht das nochmal vergleichen zu den Filmen? Ja, also was ganz wichtig ist, ist natürlich die Landschaften und diese Wüstenräume und auch gestern der Film Il Cristo Prohibito, das ist eben ganz interessant, dass der schon mit diesen Wüstenlandschaften spielt, mit diesen ganz kargen, nicht zivilisierten, nicht industrialisierten, modernen, antimodernen oder vormodernen Landschaften. Und das ist eben der Grund, warum es auch nicht nach Palästina gegangen ist. Es gibt ja diesen Dokumentarfilm Sopralorgi in Palästina. Das zeigen wir nächsten Monat. Ja, also es ist ein sehr, sehr interessanter Film, weil Pasolini ja auch zwei Formen sozusagen genuinen entwickelt hat, die Sopralorgi, die Ortsbesichtigungen und die Apunti, die Notizen. Und das sind eben Filme in Notizformen. Und bei den Sopralorgi hat er sich die Landschaften angeschaut, in Afrika oder in Nordafrika, in den Vorderasien und eben zuerst in Palästina. Und er ist dort mit dem Theologen hingefahren und hat das dann auch so dokumentiert und mit ihm gesprochen und ist dann aber immer mehr sozusagen, also es hat sich immer mehr erschlossen, dass Palästina nicht mehr dieser aschaiische Ort sein kann, weil er eben schon sozusagen im Israel der 64, der 5, glaube ich, also Mitte der 60er Jahre schon komplett modernisiert ist, nicht komplett, aber anders als sozusagen Süditalien und Kalabrien. Und was sagt das Italien aus? Dass er dann genau das, was es in Israel und Palästina nicht mehr gibt, in seinem Heimatland findet? Ja, also er hat ja, also es gibt natürlich auch so eine Antwort, Pasolini ist auf Gramschis Frage nach dem Süden und nach dem Verhältnis Italiens zu dem eigenen Süden und das thematisiert Pasolini dann später auch sehr oft. Es gibt ein bestimmtes Porträt der norditalienischen bürgerlichen reichen Gesellschaft, Mailand und so weiter und dann gibt es eine Thematisierung des Südens und ich hatte das, glaube ich, auch zitiert. Er vergleicht das sehr oft Süditalien dann schon mit Afrika. Also für ihn beginnt sozusagen südlich von Rom beginnt Afrika. Das ist ein problematischer, also auch extrem problematischer Aspekt von Pasolinis das Nachdenken über Italien und über Europa und was er immer so notorisch die dritte Welt nennt in der Zeit. Aber das ist wichtig natürlich. Also in einer gewissen Weise kann man sagen, gerade bei diesen späten Filmen, die dann immer das andere thematisieren oder eine andere Kultur, dass diese Darstellung von Filmen, die in Jemen spielen oder in Syrien, in Nordafrika, Marokko und so weiter, dass er das trotzdem immer in einem Vergleich zu seiner Heimat, zu Italien einspannt und in einer gewissen Weise repatriiert, also immer dann wieder zurückkommt zu seiner eigenen Herkunft und das ist auch nicht unproblematisch. Aber da würde Luca Camminati mehr dazu sagen, nehme ich an. Das ist auch wirklich zum Dokumentarischen jetzt nochmal. Ich wollte doch nochmal auf das Zapruder-Footage zu sprechen kommen. Da stirbt ja wirklich jemand. Oder ja, da wird jemand totgeschossen. In dem Kurzfilm, da sind alle Leute auf der Straße so, wie sie tatsächlich sind. Man sieht ja auch, dass die in die Kamera gucken oder wenn er da anfängt zu tanzen, die gucken ihn alle an. Das sind also echte Leute auf der Straße in Rom. Echte Straße, aber der Tod ist gefakt. Willst du vielleicht zu dem Verhältnis nochmal was sagen? Weil ich glaube, das ist schon so im Zentrum. Ich glaube schon sozusagen, um Pasolini da zu sagen, oder den Vergleich zu anders zu gestalten, könnte man der konstruktivistisch argumentieren und sagen, in dem Zapruder-Film stirbt eben niemand, sondern es ist ein Film. Also Kennedy ist in der Wirklichkeit gestorben und in der Aufzeichnung, in dem Film von Kennedy, in dem Film von Zapruder stirbt niemand, sondern es ist ein Film genauso wie natürlich das Footage. Ja, aber das ist glaube ich in der Hinsicht wichtig, weil er sagt, es ist nur ein potenzieller Film, aber es ist trotzdem ein Film. Und er wird sozusagen im kritischen Film durch die Montage und durch das, was er dann in La Sequenza del Fiora Di Carta macht. Und da sterben ja auch, also das Footage aus Vietnam, das sind ja auch echte Tote, aber jeweils sind es eben sozusagen Filme. Und der Unterschied, der entscheidende Unterschied, zumindest aus der Sicht von Pasolini ist ja, dass in seinem Film das Ganze sozusagen erzählt wird, zur Geschichte wird, durch die Montage, zu einer kritischen Darstellung der Geschichte, durch Montage und Zapruder ja gar nicht den Kennedy filmen wollte. Er wollte den Tod von Kennedy filmen, weil er wollte natürlich seinen Präsidenten filmen, aber hat dabei sozusagen als einziger die Ermordung gefilmt, aber er hat sie trotzdem gefilmt. Und ja, aber vielleicht ist... Ja, das hatten Sie eigentlich im Vortrag sehr schön, wenn ich das nochmal hervorholen darf, diese Indifferenz oder diese Aussagelosigkeit der Plansequenz, die Sie an dem Zapruder-Film ja festgemacht haben und die Pasolini sozusagen als Allegorie wieder reinholt. Also in der Künstlichkeit, er filmt zwar auch die reale Straße, aber er tut ja so als ob und das ist ja von vornherein sozusagen mit dem Nino Davoli eine Figur, die dann die Straße wie eine Bühne benutzt und die dann da auftritt und den Tod spielt. Pasolini ist da, kann man vielleicht noch kurz sagen, ist da natürlich auch extrem provokant in dem Text über den Zapruder-Film. Der sagt auch an einer Stelle, habe ich jetzt nicht zitiert, aber der sagt an einer Stelle dann, dass der Tod Kennedys hat seinem Leben eine Form gegeben, indem er in den schwächlichen Ärmen der amerikanischen Kleinbürgerin, die seine Frau war, gestorben ist. Also so drückt er sich dann aus. Es ist wirklich sozusagen, also es ist ja nur vier Jahre später, es ist... Aber es ist eine bestimmte Polemik, die man bei Pasolini findet. So passend auch das Zitat, das Sie vorhin gebracht haben, der Tod ist die Montage Gottes. Wartest du? Ja. So ähnlich. Ich möchte auf jeden Fall noch die Chance nutzen, weil wir es vorhin nicht beantworten konnten. Vielleicht weiß es ja jemand hier von Ihnen. Der Film heißt im Deutschen das erste Evangelium Matthäus und auf Italienisch Evangelio secondo, das zweite. Nein. Nein, 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 nein. Zu gemäß. Das heißt nach. Nach. Na gut. Danke für die Aufklärung. Ja. Gibt es noch Fragen ansonsten? Aber das war wirklich, also ich habe mich echt lange gefragt. Ganz herzlichen Dank auf jeden Fall Toni Hildebrand für die vielen tollen Eindrücke und den tollen Vortrag. Danke schön. Und natürlich auch an Regine Prang. Ja, vielen Dank. Ja, es geht bei uns auch weiter am 15. Januar. Dann wird Massimo Fusillo bei uns sein und ich glaube Medea vorstellen. Das wird bestimmt auch ganz toll. Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. Es ist sehr spät. Haben Sie schöne Weihnachten und kommen Sie im nächsten Jahr wieder. Bis bald. Tschüss. Thank you so. Challenges. 구